10 Thesen gegen den Staat 10 Thesen gegen den Staat Zuerst ein Zitat von Max Stirner Der Staat bekümmert sich nicht um mich und das Meine, sondern um sich und das Seine. Aus Der Einzige und sein Eigentum von 1844 Nicht rechts, nicht links, einfach nur libertär. Dieser Text beruht auf meinem Buch Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik. These 1 Während der Staat vorgibt, Leben, Freiheit und Eigentum zu schützen, war er seit jeher der höchste Feind von Leben, Freiheit und Eigentum. Die im Laufe der Geschichte vom Staat vergangenen, begangenen Verbrechen übersteigen um ein vielfaches jene, als sie jemals von Einzelpersonen oder Banden begangen werden könnten. These 2 Der Staat ist nicht produktiv. Der Ursprung des Staates ist der Parasitismus. Die wirkliche soziale Kluft besteht nicht zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalisten, sondern zwischen dem parasitären Staat und denen, die die Güter produzieren. These 3 Der Staat ist der Feind des Wohlstands der Menschen. Der Staat konfisziert Vermögen und bestraft Produktivität. Der Staat leitet Ersparnisse um und ruft viel Investition hervor. These 4 Ausbeutung ist die Nahrung des Staates. Der Staat lässt die Wirtschaft nur in so weit geteilen, als sie ihm das Material zum Plündern liefert. These 5 Aggression ist die Natur des Staates. Seine Aggression richtet sich gleichermaßen gegen seine eigenen Untertanen wie gegen wirkliche oder eingebildete ausländische Feinde. Der Staat gedeiht durch Krieg und Streit. Der Staat schafft sich seine eigenen Feinde und rechtfertigt damit seine Existenz. Durch das ständige Schüren von Kriegen und Konflikten nach außen und innen erzwingt der Staat die Zustimmung seiner Untertanen. These 7 Der Staat deutscht das Volk über die Legitimität seiner Ausübung von Gewalt und Zwang. Der Staat hat keine andere Autorität als die falsche Autorität, die durch Gewalt entsteht. These 8 Der Einzelne ist der natürliche Feind des Staates. Deshalb wird der Staat alles tun, um das Individuum zu vernichten und den Konformismus zu fördern. These 9 Alle Staaten scheitern schließlich. Der größte Staatssieg trägt die Saat des Staatsverfalls in sich. These 10 Das Staatsende öffnet das Tor zu Frieden und Wohlstand. Der Niedergang des Staates markiert den Beginn des Dürms des Individuums. Referenzen Ich verweise auf meine beiden Bücher Technokratischer Totalitarismus Anmerkungen zur Herrschaft der Feinde von Freiheit, Frieden und Wohlstand und Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik. Lieferbar bei Amazon Deutschland Kontakt Recht vielen Dank 吉 Helle Ein Imperium Aus Ein again Einen ... Untertitelung des ZDF, 2020